Guten Morgen und Hallo und Herzlich Willkommen bei Virtus und einer neuen Folge CREATIVES Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Letzte Folge haben wir da das Gerüst so mehr oder weniger beendet Wir hatten ja das hier vorne alles umdrum umdrum gebaut Ich hab hinten noch mal ein bisschen was angesetzt Und noch mal ein bisschen gebudelt Weil hier hinten will ich jetzt erstmal weitermachen Genau hier habe ich mich gebuddelt was dann später Keller werden wird Und diese Folge würde ich sagen starten wir mit Kaminbau Sowie vielleicht den Keller weiter aussehen Weil der muss noch ein bisschen Schau den Abgang Ich gucke mal, also sollen drei Öfen rein Das ist ja ein riesen Ding, braucht ein bisschen mehr Mal gucken, also bleibt dran Okay, wir müssen uns erstmal wieder neue Materialien suchen Ich frage mich auch schon sehr fleißig am Farmen Aber ich brauche hier erstmal noch das hier Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle Äh, hier müssen wir sie nochmal rein Ich überlege nämlich, ob ich mit dem hier hole Ob der mir zu intensiv ist Ob der mir zu intensiv ist Ob der geht eigentlich voll klar Eigentlich voll klar Und geht auch mit dem klar Alternativ, eigentlich wollte ich einen anderen suchen Ich weiß nicht mehr wie der hieß Kabel, Kabel, hier den hier Nein, nein nie Der wird mir eher zu teuer Nein, da bleiben wir bei den beiden Varianten Dann wollte ich gucken ob ich die noch Ich muss eben nicht mehr Mist loswerden Ne Boine, 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 boine Boine, boine nicht Boine nicht Boine nicht Boine nicht Haarfarbe habe ich Boine nicht Slips Lippity Slips Und Ne, die wollte ich nicht mehr Halt Okay, nach dem wollte ich die suchen Also brauche ich demnächst mal wieder Steine ein bisschen was in die steine steine gleich sehr ärgerlich da die musik zuerst suchen soll ja müssen wir jetzt durch ich gehe erst mal hier runter steine so alles besorgt außer steine wir brauchen ja bix ist schon was ich meine und ich kann ja auch die hier ein bisschen verarbeiten mal kurz hier ein bisschen was ausfischen denn wie gesagt ich brauche weg damit davon ein paar mehr das heißt ich kann da auf jeden fall schon mal neue in den Ofen schmeißen müssen wir doch noch mal rein rein in die Jute Stube jetzt erzähle ich mich mein jetziges Haus hier was ich da gerade baue und dann das hier sieht ja schon wieder veraltet aus langweilig quasi ok warte jetzt habe ich den ganzen Honig natürlich hier weggeballert ganzen Honig in Anführungszeichen haben oder nicht haben nein Leute die Pusche hier gerade nicht nehmen ich würde eigentlich jetzt hier das hier mal kurz wegfallern macht hier keinen Unterschied und jetzt können wir gucken Caminos den Juten also wie gesagt drei stück sollen es werfen einer kommt hier hinten dran das ist ihr Backslide das ist bereit oder ich darf erstmal hier natürlich auch könnte man erstmal hier den Abgang Kredenzen quasi hier muss ich überlegen ja hier ja so ungefähr hier vorne Kredenzen oder da noch als Füllmaterial der ist too much vielleicht den der der da also perfekt eingesackt und ich bin hier viel zu dicht dran Piesel dich du Piesel So, hier soll wie gesagt die Treppe gleich runter gehen, hab ich das gesagt, hier sollen die Treppe runter gehen. In die Dunel. Und 2, und 3 haben wir. Ist ja völlig Wumpe. Sollte ja rein theoretisch nicht so schwer sein, hier was hochzuziehen, wer geht wirklich bis oben hin? Puh, I don't know, I don't know, so, so, so. Der Ofen ist ja eigentlich groß genug. Hier lang, und nehmen da hier so ein Mittelding mit. So. Natürlich viel zu groß, aber das ist wie gut. So. Große Pauchstelle. Jetzt einfach mal die Dinger hier so ein bisschen als Richtwerte. Zack. Zack. Kann ein bisschen dünner werden wieder. Also das hier hinten soll ja nicht alles drauf. Was aber. Muss jetzt ja natürlich hier ein Spechen zubauen. Wenn das passt. So. Was soll ich jetzt hier für Probleme? Für spastische Anwandelung. So. Kann ich noch weiter gehen? Ah, hier ist ein bisschen weiter. Oh. Jetzt wird hier das Ding langsam mal zugemacht. Na ja. So eine. Ah, hier ist das ich nicht am Start. Können wir uns aber gleich mal holen. Hier nochmal. Erstmal dritten. Bisschen Steine sparen. T Kein Neus. P an. Blob auf. So. P wird direkt auch www.bleibn. Na ja. Komm. Schön in den Baum rein. Jetzt sind sie alle. So. Zieh doch noch weiter. Wir sind jetzt fast oben. Oh, fast. Deswegen müssen wir hier noch mal ein bisschen was wegkupeln. Und da nicht so hingehört. Oh, nein, nein. Oh, das muss ja hier schmaler werden. Zusammen mit dem... Ich muss hier nur was. Ich brauche erst mal Material. Ich kotze mich gerade alles ein bisschen an. Und der Baum stört mich voll. Ja. Aber der sollte ja halt so... In die Wut. Ne? Wutberufen so. Gehört ja nun mal halt dazu. Äh, so. Hab ich das gemacht, hab ich das gemacht. Dann wollte ich jetzt hier, genau. Ein paar Treppen. Die Ecken wollte ich noch ein paar haben von. Äh, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube, ich muss noch mal ein, zwei mehr. So. Dann haben wir's. So. Mamas. Okay. Okay. Na, jetzt werde ich hier so quasi ready. Wie? Dann die Ecke passen. Da geht's auf die Ecke. Nein. Ich muss erstmal aller werden. Okay. Okay. Ah, okay. Da. So, jetzt muss er hier noch nach oben. Durch den Baum. Was im Baum ist egal. Kennst du den hier einfach mal so. Wo denn wohne ich hier meine ich. Und die drei Steine machen sie jetzt auch nicht mehr fett. Die sind noch ein bisschen höher. Und der endet ja quasi hier direkt im Baum. Im Gebäude. Und für die Spitze habe ich noch eine coole Idee. Sieht dann zwar vielleicht ein bisschen industriell aus, aber das ist mir wuscht. Rein theoretisch kann ich den nicht nur den. Die müssen wir mal anbauen vielleicht. Ich muss hier unbedingt mal sortieren. Ja. Über den Dichtchen. Ja. Fertig. Okay. Ofen Uno. Hier nehmen soll ich mich noch einen Ofen hin. Auch schön, ne? Dass ich noch so wenig Material habe. Ich zeige euch jetzt einfach mal wie ich hinkomme. Also hier kommt einer hin so ran. Der geht quasi nur bis hier ran. Da ist ein bisschen kleiner jetzt natürlich. Und hier mit dem Reise auch noch einer. Und zwar hier. Der muss ja nur hier rüber ragen. Also ist jetzt nett die Welt. Das muss natürlich vernünftig geregelt sein. so. Easy peasy. Jetzt kann man erstmal den da drüben fertig machen. Jetzt haben wir ja Material über. Äh, das muss erstmal bis auf die Höhe so angezogen werden. Nein, das war so nicht gedacht. Zack. Zack. Uh, da war schon wieder das Signal. Ich hab's nicht richtig ausgemacht. Geil. So. Ähm. Jetzt geht's noch weiter hoch. Falsch. Komplett falsch. Komplett falsch. Hier nur hoch. Und hier dann nochmal schmaler quasi. Zack. Nachdem wir klein. Und läuft dann. Das war witzig. Muss ja hier weiter laufen. Natürlich muss ja dann ja auch noch drüber reichen. So ist es ja nicht. Also hier muss ja weiter gehen. Wieso habe ich das nicht geahnt? Ja du. Jetzt sind wir hoch. Jetzt sind wir schon wieder hoch. Jetzt sind wir schon wieder hoch. So. 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 Über die Spitze hinaus. Ich hab' noch einen. So. Ja. Ich hab' ja natürlich keine mehr. Und der ist natürlich der größte. Der andere wird nicht halb so groß. Der geht nur ungefähr bis hier so. Würde ich behaupten. Mach' ich jetzt gleich mal fertig. Ich sag' Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Boah. So. So. Okay. Yo. Untertitelung des ZDF, 2020